servus liebe youtube zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen video vor uns haben wir ein koffer radio von der firma telefunken das ist aus dem ende der 70er ungefähr würde ich jetzt mal sagen und zwar ist es der biazzo 6000 digital digital deswegen weil der hat da eine digitale uhr das display ist nicht mehr ganz so tolle aber wenn man strom drauf gibt dann kann man schon noch erkennen so einigermaßen ja das war eigentlich so das top modell von radio recorder was telefunken damals im programm hatte ja ein sehr schönes gerät also schön so ganz gut erhalten ist nimmer aber ich sag mal auf jeden fall sehr interessant ja der hat auch lautsprechtechnisch einen hochtöner und einen guten bass lautsprecher drinnen also der hat schon einen schönen klang wenn er denn funktioniert denn das gerät ist leider nur noch sehr leise es gibt nur noch ganz leise ton von sich und dem wollen jetzt mal auf den grund gehen warum das so ist und wollen den fehler dann eben auch finden und beheben ja und also jetzt noch mal kurz zum fehler ich habe hier die volle lautstärke also er ist auf anschlag und der ton ist nur sehr leise und das brummt auch ein bisschen trotz wenn ich hier schaue sagt die anzeige volles signal und das muss natürlich deutlich lauter gehen das ist leider nicht der fall ja das heißt da müssen wir uns jetzt mal auf die suche begeben woran es liegen kann vielleicht sind es ja nur die elkos inzwischen habe ich schon mal das radio jetzt hier auseinander gebaut und da unten ist mir doch hier diese deute mal mit dem finger drauf ja diese kugelige stelle aufgefallen und die elkos da die schon noch sehr aufgebläht aus ja da ist es anscheinend mal recht warm geworden ja jetzt werde ich zuerst einmal diese elkos da tauschen weil ein schaltplan habe ich aktuell nicht da im ich versuche jetzt einfach einmal erst einmal ja schauen ob man es so hinkriegen ohne schaltplan und wenn das jetzt nicht hilft hier weil ich meine das ist optisch ersichtlich dass die elkos nicht mehr so ganz in ordnung sind ja und wenn wir da so ganz hinkommen dann ging das relativ schnell wenn nicht dann müssen wir wie gesagt halt einmal den schaltplan bemühen was mir gerade auch aufgefallen ist hier ist es da es war der 15 oktober 1979 wo dieser radiorekorder gebaut worden ist also schon ziemlich am ende der 70er jahre ist der produziert worden gut also wie gesagt dann kümmere ich mich jetzt hier mal um diese elkos und tausche die mal ja da haben auch noch einen der neben dem großen da ich deute auch mal wieder hin hier da der schaut auch nicht mehr ganz so gesund aus den tauschen wir auch das ist eh nötig und von dem her ja schauen wir mal ob das dann den gewünschten erfolg bringt und der radio dann wieder so funktioniert wie er eigentlich soll ja der elkotausch hat leider jetzt nicht zum gewünschten erfolg geführt ihr seht hier ich habe die mal ausgetauscht die recht böse ausgeschaut haben und jetzt habe ich mal im schalper nachgeschaut die haben jetzt eigentlich mit der endstufe jetzt mal nicht so viel zum schaffen wenn wir hier schauen das ist dieses ic tba 810 und das ist sozusagen das verstärker ic hier eigentlich ich habe jetzt da mal die ganzen spannungen gemessen und die passen eigentlich alle ja also habe ich mir jetzt gedacht ja ist vielleicht das ic kaputt jetzt habe ich inzwischen ein anderes ic eingelötet das war sehr mühsam aber am ic liegt es nicht das ic ist in ordnung ja dann ist mir jetzt noch eingefallen ja ich habe ja hier noch den guten signal verfolger da den hätte ich eigentlich vorhin schon herholen können da hätte ich mir das mit dem ic ein auslöten sparen können hätte ich nämlich das schön prüfen können aber ich habe erst später an das gute messgerät gedacht ja also bin ich mal wieder dem pfad hier des audio ganz hier abgegangen mit dem signal verfolger beim ausgang geschaut und habe am eingang geschaut was da reinkam und wie es denn das signal war ja leider war es am eingang sowie am ausgang schon fehlerbehaftet also muss es weiter oben von dort oben her gekommen sein und dann fiel mir halt die ganze sache ja auf mit dem kassettenteil habe ich mir gedacht ja da muss irgendwas mit dem kassettenrekorderteil sein der muss da ja der muss ja auch irgendwie verstärkt werden das signal davon und dann ist mir aufgefallen dass es hier einen schalter gibt und dieser schalter war tatsächlich das problem denn der war nicht in der position in der er hätte sein sollen und warum war der nicht in dieser position weil der wird eigentlich hier mit diesem plastik schieber wird der gesteuert ja und woran liegt es weil hier das ausgebrochen ist so das heißt das muss man jetzt irgendwie fixieren also kein elektronischer fehler sondern mal wieder irgendeine blöde mechanik weil halt das plastik gebrochen ist ja eigentlich ganz simpel jetzt hätte man sich die ganze geschichte sparen können mit rummessen und allem aber ja nur so bin ich jetzt da drauf gekommen vielleicht hätte es wir anders gleich gewusst ich habe es nicht gleich gewusst ich habe halt erst etwas rummessen müssen und mich wundern müssen dass eigentlich alles spannungstechnisch in ordnung war gut somit haben wir das problem jetzt gefunden das versuche ich jetzt irgendwie zu fixieren ich glaube ich nehme einfach einen kabelbinder her weil die bruchstücke sind leider nicht da ich weiß nicht wo die sind das ist ein bisschen blöd aber schauen wir mal was wir da zusammen basteln können ja nachdem ich das radio geschüttelt habe weil ich mir dachte die bruchstücke müssen doch irgendwie da sein ist tatsächlich was zum vorschein gekommen und zwar das hier sind zwei teile die muss ich jetzt kleben mit sekundenklebern ich hoffe dass ich das dann da oben ja ankleben kann und dass das dann auch hält ja damit das irgendwie wieder funktioniert aber das ist halt echt der nachteil wenn man hier so blöde plastik konstruktionen macht ja dass das irgendwann mal den geist auf gibt ist dann auch absehbar aber gut ich meine das ding jetzt ist auch über 40 jahr alt ja die hersteller haben heute wahrscheinlich nicht mal mehr so gute sachen wie sie damals gebaut haben ja also wir kleben es und schauen was bei rum kommt also inzwischen habe ich mir was überlegt wie man das ganze wieder fixieren kann also ich habe mal oben hier das plastikteil wieder versucht anzukleben und habe bei dem Sprengring der da vorne drauf ist der diese Welle da oder den Stab da den Metallstab fixieren soll dass der nicht verrutscht habe ich eine schnur eingefädelt und die da mal richtig nach unten gezogen und rum gewickelt und dann hinten der schraube da fixiert dass sag ich mal ein bisschen Druck abgenommen wird und nicht der ganze Druck jetzt auf der Klebestelle lastet weil früher oder später wird das wieder sonst brechen und so sag ich mal wenn es oben brechen würde würde es trotzdem noch in der Position bleiben dass man die Schalter also diese Schalter hier dass diese da noch mit diesen schwarzen Plastikhebelchen da betätigt werden können ja das ist halt jetzt gebastelt ich weiß es aber mir ist jetzt keine bessere Lösung nicht eingefallen und ich meine irgendwie muss man ja das irgendwie hinkriegen dass es wieder benutzbar und verwendbar ist und funktioniert und ja so tut es zumindest jetzt mal seinen Dienst und ich bin zufrieden wenn der Radio wieder läuft und das ist ja die Hauptsache dann auch ja inzwischen habe ich eigentlich das Radio jetzt soweit fertig ich habe noch ich schalte es mal an die Lämpchen hier die waren beide durchgebrannt das Lamperl und da oben in der Anzeige das war durchgebrannt die habe ich ersetzt damit das Ganze auch wieder ganz ja schöne Beleuchtung hat beim Kassettenrekorder war der Riemen für den Bandzeller gerissen äh gerissen war er nicht ausgeleiert und lag im Gerät lose rum da habe ich jetzt halt mal einen neuen hingetan ja dann würde ich jetzt mal sagen ich habe also Kassetten technisch hier ich habe jetzt gerade keine da aber ich drücke mal hier es ja es hat ein bisschen Laufwerksgeräusche aber das kommt nicht davon weil irgendwas schleift sondern von diesen Reibrädern tatsächlich ja mei ist halt nicht mehr der Jüngste der Radiorekorder der Bandzeller läuft jetzt natürlich nicht weil ähm der Gummi von dem Rad angetrieben wird tun wir nachher dann am Ende noch einen Test machen wenn ich das Radio wieder ja wo geht er denn auf Stopp so eigentlich ja genau äh ja wenn der Radio zusammengebaut ist dann machen wir noch einen kleinen Testlauf und schauen uns nochmal diese Digitaluhr genauer an bis dahin ja dann schalten wir jetzt mal zum Abschluss unseren Telefunken Bayazzo CR 6000 ein ein Mann wie Dick Dickens weiß ich anders zu helfen ja nein keine Panke ich schieße nicht das Schöne ist ich habe es jetzt vorhin auch schon gehört auf Bayern 2 gibt es mal wieder alte Hörspiele Dicki Dick Dickens ist auch mal wieder im Radio zu hören das ist doch mal was Schönes ja also die Skala leuchtet wieder ich schalte im Hintergrund mal die Lampe ab dann schauen wir doch mal hier was wir an Sendern da so noch empfangen können ja und weil wir auf UKW gerade unterwegs sind möchte ich doch mal zeigen was dieses Radio eigentlich auch an tollen Features so zu bieten hat denn wir haben hier fünf Speicherplätze fünf UKW Stationstasten und das ist doch eine ganz feine Sache wenn man auch einer ist der häufig zwischen den Sendern springt da kann man da schnell per Tastendruck auf den nächsten Sender ich finde das mag das immer besonders gehen so Stationstasten sind eine feine Sache ja aktuell habe ich über die UKW Skala hier das Programm laufen können wir mal schnell am Sender Rädchen drehen ja wir können hier machen wir mal ein anderes Programm rein vielleicht bessere Musik hier ja und den Rest halt haben wir die normalen Wellenbereiche Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle wie man es so kennt von den anderen Geräten dann haben wir hier eben unseren Kassettenrekorder mit den normalen Laufwerkstasten und da haben wir das Mikrofon ja dann schauen wir mal rückspulen das funktioniert eigentlich auch ganz wunderbar Radeln drehen sich können auch mal hier eine Wiedergabe machen nochmal wiedergabe dann hau ich mit den Himmelschen mein Sparschwein ja Chris Hauland hat finanzielle Probleme braucht ein bisschen Geld schlachtet er sein Sparschwein ja also das funktioniert doch wieder ganz ordentlich hier ja schalten wir das hier mal wieder ab denn jetzt möchte ich euch mal was anderes vorführen dazu schalten wir jetzt mal den Radio hier wieder aus nämlich die Schaltuhr hier haben wir auf 23.24 Uhr unsere aktuelle Zeit und wir sehen da unten, dass zu den beiden Punkten die blinken noch ein weiterer erscheint der rührt daher von dieser Taste wenn ich da weggehe dann ist der Punkt da auch weg drauf drückt ist er wieder da der steht dafür dass geweckt werden soll und zwar habe ich die Weckzeit für uns jetzt mal hier auf ja halt nicht da das ist es nicht da auf 23.27 Uhr gestellt jetzt haben wir es 23.25 Uhr ja in zwei Minuten sollte er dann angehen wir können das Ganze jetzt mal beschleunigen indem dass ich jetzt hier einfach schnell hergehe und die Minute mal rauf drücke auf 23.26 Uhr ja in einer Minute sollte er angehen der Radio schauen wir mal was passiert in der also ich hoffe dass er angeht ich glaube sogar man kann sich auch vom Kassettenrekorder wecken lassen das könnte man nicht auch mal ausprobieren aber jetzt schauen wir mal ob das Radio angeht also das müsste funktionieren so meine ich ist auch die Funktion ich drehe mal hier noch ein bisschen auf da hinten so eine gute Lautstärke dann da ist ha und schon läuft er das ist doch eine feine Sache ja das ist ein toller Radiorekorder ich glaube das war wohl ein Traum von jedem Jugendlichen 1979 dieses Teil besitzen zu können ich hätte es damals auch gerne gehabt aber wahrscheinlich hätte ich es mir nicht leisten können es war schon teuer dieses gute Stück die meisten hatten ja so einen Japaner japanischen Radiorekorder die ja mittelklasse mäßig haben sie schon irgendwie ausgereicht gut was interessant wäre jetzt da das ganze ja über den Timer läuft aktuell und der Ein-Aus-Taste nicht gedrückt ist hier wie wir sehen müsste jetzt wenn ich hier den Kassettenrekorder nochmal drücke der auch laufen genau also wir können uns auch über Kassette wecken lassen das finde ich auch wieder super also die Herrschaften von Telefunken haben da so ziemlich an alles gedacht was ja was man in den Radiorekorder eigentlich reinpacken kann tolles Gerät wirklich super Ding sieht man auch nicht so oft ja also der wird auf jeden Fall in Ehren gehalten dann möchte ich mich auch verabschieden und ja bis zum nächsten Video sagen ich freue mich wenn ihr wieder dabei seid so dann schalten wir diesmal jetzt so aus hier Automatik aus und ade & mas geht endlich hier Vielen Dank.